Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich bin auch noch da. Wer seid ihr? Flash Gordon. Abwehrspieler New York Jets. Dale Arden, euer White. Leben und leben lassen, das ist mein Motto. Mein Name ist Hans Sarkov, ich bin Wissenschaftler. Ich musste die beiden hier kidnapten, weil ich versuchen möchte, unseren Planeten, die Erde, zu retten. Das obskure Himmelskörperchen im SK-System, mit dem ihr euch so vortrefflich amüsiert habt, ihr erinnert euch, Majestät. Warum greift ihr uns an? Wir sind doch nur an eurer Freundschaft interessiert. Warum wollt ihr uns vernichten? Warum nicht? Ihr erbärmlichen kleinen Erdlinge. Ihr schleudert euch bedenkenlos hinaus ins Nichts und habt keine Ahnung davon, wer oder was euch hier draußen erwartet. Hättet ihr etwas gewusst über die wahre Natur des Universums, hättet ihr euch von Grauen gepackt im Staub eurer Erde verkrochen. Komm näher. Nicht du. Du. Lass dich anschauen. Nein. Dale, ein Stimmflash. Lass dich. Hast du jemals eine solche Reaktion erlebt, Klytos? Nein, noch nie. Sie könnte sogar aber Tochterkonkurrenz machen.